Hi, mein Name ist Lars und ich werde dich durch diesen Kurs begleiten. Wir werden in dem Kurs anfangen, einen 5-achsigen Roboter zu modellieren. Das heißt, wir werden jedes einzelne Teil selber zeichnen. Dabei werde ich dir ein bisschen die Hacks und Tricks erklären, wie man sehr schnell und sehr sauber eine ordentliche Zeichnung anfertigt. Danach werden wir einen Zusammenbau der einzelnen Komponenten machen. Und diese Komponenten werden wir dann über das Joint-Menü in Fusion zusammenbauen. Das heißt, sie werden am Ende des Tages eine Abhängigkeit voneinander haben, wenn man sie bewegt. Und somit kann man physikalisch testen, ob alles soweit funktioniert. Und man kann sehen, wie die Bewegungsabläufe sind. Wenn dich das alles interessiert, dann kommt gerne und probiere den Kurs aus.